Geschäftl und Huber, Pfandlei und Inkasso. Ich mag meine Ruhe. Mein Bier und meine Ruhe, da brauche ich nichts dazu. Wir sind von der Tafel für bedürftige Leute und verkaufen die geschnitzten Sterndal. Das ist meine Sache, nicht. Ich habe nur zu tun mit mir und meinen Geschäftl. So, und jetzt auch, Wiederschau. Drei Geister werden dir erscheinen. Wer ist denn da? Kennst du mich nicht? Wer bist jetzt du? Na, was glaubst du, der Mozart? Ich bin's, Pfandlei, deine Schwester Pfandlei. Grüß dich, Eberhard. Maria, was tust du da? Mama, Mama, Papa kommt nicht. Papa kommt nicht mit der kleine Pepo. Wo sind wir denn da? Unter Giersing? Allmächtig, Eberhard. Muss ich dir das jetzt auch noch erklären? Ich soll ihn am ganzen Tag zahlen und er fragt nach Hause am Cannabin und frisst seine Spaghetti. Fräum, so eine harte, kalte Waffe, Kolo. Du schaffstl und sollst das kennenlernen, die überflüssige Bevölkerung. Geist! ... ... Ich riech ... Einen feinen Schokilometer weit. Grüß dich liebe Freie, wir singen jetzt alle miteinander. So ein Verhalten kann ich leider nicht mehr länger dulden. Amen. Jetzt warte mal, ich habe Einheit, ich habe Einheit, ich habe Einheit. Also ich muss schon sagen, dass mit der Zünftigkeit, das habt ihr Altbayern schon immer besser können. Geist, ich will nichts mehr singen. Ich will heim. Piano, ich will nichts mehr. Untertitelung des ZDF, 2020